Einmal im Jahr ist Turmansbang, 10 Kilometer von Grafenau im Bayerischen Wald, das Mekka der europäischen Biker. Um die 5000 Motorrad-Verrückte pilgern hierher und sie kommen von weit, weit her. Man muss schon hart drauf sein, um überhaupt im Winter auf das Motorrad zu steigen. Aber diese im wahrsten Sinne des Wortes unverfrorenen Treiben es auf die Spitze. Sie campen in der Eiseskälte. Ein echter Härte-Test für Mensch, Maschine und unsere Kamera. Und so kommen sie jedes Jahr wieder, treffen sich am Lagerfeuer. Der Name Elefantentreffen geht übrigens auf diese Zündab aus den 50er Jahren zurück, Spitzname grüner Elefant. Seitdem ein Treffpunkt für echte Männer, Alphatierchen und Originale, Männer-Wellness eben, frauenklar in der Minderheit. Benzin im Blut sowieso, Gerstensaft und Hochprozentiges lässt die Kälte der Nacht besiegen. Immerhin, dieses Jahr ist es zwar kalt, aber trocken, das macht alles erträglich. Das Tal im Bayerischen Wald eingenebelt von Lagerfeuern und nächstes Jahr, da kommen sie alle wieder, ganz bestimmt. Das Tal im Bayerischen Wald